In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man eine Glück, also eine Glück 10.000 oder 5.000 oder sonstige Spitzsacke machen kann. Also erstmal gehe ich in irgendeine Welt rein, hätte jetzt eine, dann habe ich mal so gemacht. Und mal zu zeigen, dass ich mein neues Display beginnen möchte, und das mache ich mal so ein Video, wo man wie man Glück 10.000 benutzen kann. Und das in den Buffet macht, und zwar muss man hier GIF, das funktioniert jetzt gerade nicht, weil ich ja im Laden öffne Cheats, habe ich ja nicht an. Ich muss ja eine LAN-Welt starten, wo er Cheats hier kriegen kann. Hier öffnen wir Cheats, GIF, dann der jeweilige Minecraft-Doppelpunkt und dann die Diamant-Spitzacke. Hier Diamant-Spitzacke, dann so eine geschwungene Klammer, die macht man mit altgroßen 7. Dann hier ENCH, Doppelpunkt. Und dann so eine runde Klammer mit altgroßen 8. Wieder so eine geschwungene. ID, Doppelpunkt 35, LVL, Doppelpunkt, sage ich mal 2000, mache ich mal raus. Dann muss man hier wieder die geschwungene Klammer zu, altgroßen 0, altgroßen 9, das ist diese eckige, und dann wieder altgroßen 0. Das ist diese geschwungene Klammer. Eigentlich habe ich die Zahl vergessen. Das kann passieren, wenn man die Zahl vergesst. Noch mal von neu machen. Ach, erstmal muss ich gleich die 1 und 0. End, Doppelpunkt, ID, Doppelpunkt, 35, LVL, Doppelpunkt, 2000. Na, andersrum. Zack, da hat man so eine Spitzhacke. Jetzt mache ich nur noch mal einen Diamanterz, will ich hier haben. Ein Diamanterz. Das ist immer tatsächlich leer. Jetzt baue ich den mal hier ab. Da springen auch nicht Diamanten raus. Das ist aber mehr, man kann auch mehr Diamanten halten. Da kann man die auch alle wieder wegschmeißen. Da können auch mehr Diamanten rauskommen. Ein Diamanterz. Und jetzt das leckte ein bisschen mehr. Ja, ich bringe ein paar mehr Diamanten drauf. Zack, da sieht es schon da sind ziemlich viele Diamanten, die da rauskommen. Ich kann mal ein Diamanterz geben. Alle Diamanten hier weg. Oder was weiß ich mit Shift. Shift und 2. So kommt es, geht so gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie man alle, alle eine Sorte wegbringen kann. Das könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, wie das geht, weil ich würde das nämlich noch nicht erfahren. Bisschen normal. Da sind weniger Diamanten. Ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Gebt euch den Daumen nach oben. Teilt das Video und abonniert nicht. Und ihr könnt auch vorschlagen, ob ich mit so viel Diamanten mal beginnen soll, ein Let's Play. Also, ich hätte auch gerne Lust, mit so viel Diamanten ein Let's Play zu beginnen. Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann werde ich das bei drei Daumen nach oben dann werde ich das Let's Play wohl beginnen. Bis dann und ciao. Ciao.